Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es mal wieder was auf die Ohren, denn ich habe mir neue Kopfhörer gekauft, die meine bisherige Sammlung aus Samsung Galaxy Buds ergänzen sollen. Welche das sind und vor allen Dingen in welchem Umfeld sie sich bewegen, das zeige ich euch jetzt hier mal. Das ist meine aktuelle Sammlung an Kopfhörern, die ich hier zur Verfügung habe. Und das sind einmal die normalen Buds von Samsung, die Buds Plus, die Buds Live und jetzt ganz neu die UI Free Buds 4 in der Wireless Edition, habe ich mir noch hinzugekauft. Die sind von der Optik ein kleines bisschen anders als die bisherigen Kopfhörer, das will ich euch jetzt hier mal zeigen, auch wenn ich sie nicht so gut rausbekomme. Sie sind deutlich unterschiedlich zu den Buds, das muss man ganz klar sagen, haben andere Vor- und Nachteile und so weiter und so fort. Aber heute wollen wir sie als allererstes mal einrichten und einen Test und auch einen Vergleichstest, der folgt dann in späteren Videos noch. So und bevor wir jetzt mit der Einrichtung loslegen, nur ganz kurz mal was zum Gehäuse. Hier vorne eine LED, die euch den Ladezustand anzeigt. Dann haben wir an der Unterseite den USB-C Port zum Laden. In meinem Fall hier ist es die Wireless Edition, das heißt also, ich kann das Ganze auch drahtlos laden. Da gibt es auch eine Variante ohne, die ist etwas günstiger. Und dann haben wir hier die tatsächlichen Kopfhörer, klappt man so nach oben auf und kann die dann auch relativ einfach rausnehmen, auch wenn es bei mir im ersten Versuch nicht so gut geklappt hat. Und dann seht ihr hier vom Formfaktor her wirklich ganz anders als die Galaxy Buds, sehr angelehnt an das Konkurrenzprodukt von Apple. Ich nenne den Namen jetzt mal nicht, den kennt ihr aber alle. Und sie dichten auch nicht voll ab das Ohr, sondern sind eher frei und luftig im Ohr. Aber viel mehr dazu dann im Test, im separaten Test und jetzt erstmal die Einrichtung. Ja und damit legen wir mal los mit dem Pairing via Bluetooth. Denkt dran, ihr müsst natürlich die Kopfhörer einmal aufladen, bevor ihr sie pairen könnt oder beziehungsweise verknüpfen könnt, koppeln könnt, wie auch immer das Ganze nachher genannt wird. Auf der rechten Seite, hier sieht man es hoffentlich, ist so ein kleiner Knopf, womit ihr das Ganze in den Kopplungsmodus versetzen könnt. Dann blinkt hier auf der Vorderseite diese weiße LED auf und wenn ihr dann scannt, seht ihr hier, dann tauchen die FreeBuds 4 von UI dann auch relativ schnell in eurem Bluetooth-Menü auf. Einmal auf Koppeln klicken, dann könnt ihr hier noch den Zugriff auf eure Daten möglicherweise zulassen, wenn ihr das denn mögt. Und zum Abschluss ist das Ganze dann auch verknüpft. Jetzt ist es so, dass das Ganze über den AAC-Codec verfügt. Hier gibt es noch einen Hinweis, dass das zu Kompatibilitätsproblemen führen kann. Das könnt ihr ja bei den Einstellungen nachher wieder ändern, müsst ihr hier in dem Fall jetzt ganz konkret, um es weiter zu Ende zu koppeln, auf meinem Handy. Das kann bei euch natürlich anders sein. Dann einmal mit OK bestätigen. Ja und damit sind wir im Prinzip mit der Bluetooth-Kopplung auch schon durch. Dann könnt ihr das Ganze natürlich auch wieder trennen und so weiter und so fort. Und ihr seht es vielleicht, hier oben werden auch schon die Akkudaten, die übergeordneten Akkudaten angezeigt. Näheres dazu, wenn ihr nachher noch Einstellungen vornehmen wollt und so weiter und so fort, kommen wir zum nächsten Schritt. Denn dafür müssen wir die entsprechende URY-App noch installieren. So, ganz kleiner Exkurs noch, weil das auch für manche ja durchaus interessant ist. Die Kopfhörer koppeln sich, sobald ihr das Gehäuse öffnet, automatisch mit eurem Smartphone. Das ist heute eigentlich Standard. Ich sage es nur nochmal, weil unter meinen vergangenen Videos das oft gefragt wurde. Funktioniert auch hier. Kiste auf, Kopplung da, Kiste zu, Kopfhörer sind nicht mehr verbunden. Alle detaillierten Einstellungen, die ihr mit den Kopfhörern noch vornehmen könnt, zum Beispiel ANC, also das Noise Cancelling, und auch weitere Punkte müsst ihr in der URY-App vornehmen. Dafür braucht ihr die URY AI Live App, denn das ist die App, mit der ihr diese Kopfhörer auch verwalten könnt. Die könnt ihr unter anderem auch im Play Store von Google herunterladen. Und ich will an der Stelle nicht schon zu viel verraten, aber diese Version funktioniert zum gegenwärtigen Zeitpunkt, also Mitte Juli ungefähr, funktioniert diese Version aus dem Play Store nicht mit den URY Free Buds 4. Das sei an der Stelle schon mal gesagt, ich zeige es euch jetzt trotzdem mal, wir richten das Ganze mal ein, weil die Einrichtung ist nachher am Ende gleich, egal wann ihr die App runterladet. Aber zum derzeitigen Zeitpunkt ist es einfach so, dass im Play Store die Version noch nicht auf dem Stand ist, dass die Free Buds 4 gefunden werden. Und das zeige ich euch jetzt auch mal, denn normalerweise müsstet ihr jetzt einfach rechts oben auf dieses Symbol Plus klicken, das tun wir jetzt auch mal, und dann würde das Ganze gescannt werden. Ich mache es auch mal auf, um es vielleicht zu erleichtern, aber es wird nicht funktionieren. Ich habe es auch in den Kommentaren zur App auch schon nachgelesen, das scheint nicht nur bei mir nicht zu funktionieren, sondern es liegt einfach glaube ich an der Version der App. Ich drücke nochmal auf Scannen und gleich versuchen wir aber auch unten manuell hinzufügen und dann seht ihr auch, warum es nicht funktioniert, denn in dieser App-Version ist diese Kopfhörer-Version oder Ohrhörer-Version einfach noch nicht vorgesehen. Da ist zwar die 3er-Version vorhanden, aber alles andere fehlt und auch selbst wenn wir weiter runter scrollen, die würden oben unter Unterhaltung normalerweise auftauchen, dann seht ihr, dass das Ganze dort nicht auftaucht. Heißt also, Stand Mitte Juli, ihr könnt nicht die App aus dem Play Store verwenden, sondern müsst manuell die App über die App Gallery von UI runterladen oder aber über die Internetseite und das zeige ich euch jetzt im Anschluss. Ja, denn wenn ihr in der Anleitung nachguckt, dann findet ihr da einen QR-Code, mit dem ihr auf diese Seite kommt, wo ihr die aktuelle UI AI Live App herunterladen könnt und zwar einmal über einen Link in die UI App Gallery oder über den Browser. Ganz glücklich finde ich das persönlich nicht mit dieser Browser-Lösung. Ich würde mir natürlich schon wünschen, dass UI da irgendwie das Update auch mal in den Play Store bringt. Nichtsdestotrotz für unsere Anwendung jetzt hier können wir diesen Weg dann mal gehen. Vom Grundsatz her natürlich immer unschön, wenn man aus externen Quellen noch irgendwelche Daten oder viel mehr Apps auf seinem Handy installieren muss. In dem Fall aber wie gesagt jetzt als Übergangslösung ganz okay. Und wenn wir die App gleich starten, werdet ihr sehen, da gibt es vom Grundsatz her auch keine großen Unterschiede zu der Version, die wir gerade eben aus dem Play Store heruntergeladen haben. Insofern gehe ich hier auch jetzt mal ganz schnell durch. Wir machen die Genehmigungen schnell und dann werdet ihr relativ schnell sehen, dass hier schon unsere Freebuds 4 auch schon in der App auftauchen. Denn sie sind ja schon per Bluetooth gekoppelt, werden jetzt auch von der App erkannt, weil diese neue Version hier nämlich auch schon enthalten ist. Und ich zeige es euch auch nochmal, indem wir hier auf manuell hinzufügen gehen. Da seht ihr, dass jetzt auch die Freebuds 4 hier mit enthalten sind und somit natürlich logischerweise auch erkannt werden. Warum ist es wichtig, die App trotz aller Hinderungsgründe, die wir jetzt gerade ja gesehen haben, zu installieren? Gibt es ganz viele Punkte. Auf jeden Fall eine wichtige Position ist natürlich, ihr bekommt viel mehr Informationen und könnt viel mehr Einstellungen vornehmen. Ein ganz wichtiger Punkt aus meiner Sicht, gerade bei neuen Produkten, ist aber auch, über die App bekommt ihr, und ihr werdet es jetzt gleich sehen, eure Firmware-Updates. Denn hier poppt schon direkt das entsprechende Fenster auf. Es gibt eine neue Version. Wenn ihr nur per Bluetooth koppelt und nicht die App installiert, dann habt ihr immer die Herausforderung, dass ihr nie die neueste Version für eure Ohrhörer habt. Deswegen immer ganz wichtig, wenn ihr Ohrhörer habt, egal welcher Marke, guckt immer, dass ihr auch die App dazu installiert. Einfach weil da im Laufe der Zeit, gerade bei den ganz neuen Produkten, die neu rausgekommen sind, natürlich noch Verbesserungen reingeschoben werden über die Software, die man sonst gegebenenfalls nicht erhalten würde. Ja und dann legen wir jetzt hier auch mal los, beziehungsweise es läuft schon die Aktualisierung. Ich spule es mal vor, es dauert nämlich eine ganze Zeit. Da will ich euch jetzt nicht mit langweilen, wie hier die Prozentschritte im Sekundentakt nur hochgehen. Deswegen spulen wir mal ein kleines bisschen vor. Das funktioniert auch alles reibungslos, also ich hatte keine Probleme hier mit dem Firmware-Update. Ihr könnt das auch manuell nochmal anstoßen, wenn es euch nicht sowieso automatisch vorgeblendet wird, so wie es jetzt bei uns war. Gibt es auch in den Menüoptionen nachher noch eine Möglichkeit, das Ganze dann entsprechend manuell anzustoßen. Jetzt einmal schließen und einmal wieder öffnen. Dann sind die FreeBuds 4 wieder verbunden und dann können wir auch mit den weiteren Punkten loslegen. Denn in der App habt ihr noch weitere Einstellungsmöglichkeiten. So zum einen natürlich hier oben Geräteeinstellungen oder das Gerät aus der App zu entfernen. Das ist jetzt etwas unspektakulär. Da seht ihr nochmal den Namen, UI FreeBuds 4 und unten seht ihr dann auch MAC-Adresse und so weiter und so fort. Das ist glaube ich jetzt eher uninteressant und nicht so super spannend. Viel spannender wird es dann bei den weiteren Optionen, die es im Laufe der App noch gibt. Oben, wie gerade eben schon gezeigt, habt ihr die Akkuzustände und zwar für beide Ohrhörer als auch für das Case. Hier könnt ihr zwischen verschiedenen Geräten in eurem Verbindungscenter hin und her switchen. Ihr könnt im Übrigen auch zwei Geräte miteinander mit den Ohrhörern verbinden. Finde ich ganz praktisch, wenn ihr ein Handy und ein Tablet habt. Ja, die Rauschunterdrückung, also das ANC könnt ihr hier aktivieren und auch den Modus verändern, denn es gibt eine Standardversion und eine geringe Version. Unterschiede und wie das Ganze funktioniert und wie gut das Ganze funktioniert, verrate ich euch dann im Testvideo, was hier nach irgendwann entscheiden wird. Dann haben wir hier noch die Hörverbesserung, nennt sich das Ganze. Das ist zum Beispiel, wenn ihr in der Bahn seid und die Ohrhörer sehr eng abdichten, dann hört ihr die Stimme, falls die Haltestelle angesagt wird oder sowas, dann noch ganz gut dadurch. Das ist diese Option und das ganze Thema ist aber nicht so super relevant, weil die Ohrhörer nicht so ganz eng abdichten. Deswegen auch dazu mehr im Test dann. Ja, HD-Anrufe, um die Qualität beim Telefongespräch zu verbessern und einen Equalizer gibt es auch noch, wobei der recht rudimentär ist. Da gibt es nicht so viele Einstellungsmöglichkeiten. Ganz wichtiger Punkt noch, Thema Gesten. Ihr habt verschiedene Möglichkeiten auf den Ohrhörern oder mit den Ohrhörern euer Smartphone zu bedienen, beziehungsweise eure Musik zu bedienen, wie auch immer. Dazu gibt es Touchflächen hier auf der Außenseite. Die verschiedenen Optionen seht ihr jetzt hier. Teilweise lassen die sich auch konfigurieren. Anruf annehmen und beenden zum Beispiel lässt sich nicht konfigurieren. Aber zweimal antippen könnt ihr zum Beispiel hier was auswählen. Auch bei gedrückt halten und bei streichen, den weiteren Positionen, die ihr oben noch seht, lässt sich nichts konfigurieren. Aber ihr könnt damit natürlich die Lautstärke leiser und lauter machen. Das zum Beispiel ist, finde ich, super praktisch, dass man da relativ einfach wischen kann. Das ist übrigens auch ein Punkt, der mir gegenüber den Galaxy Buds, ohne zu viel vom gemeinsamen Test vorwegzunehmen, ganz gut gefällt. Ihr müsst hier einfach nur so wischen und nicht so drücken wie bei den Galaxy Buds von Samsung. Ja, Gerät finden funktioniert natürlich auch. Und zwar auch, wenn sie im Case sind. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Weil das ging bei den Buds eine Zeit lang nicht. Und jetzt machen wir das mal. Ja, und dann seht, beziehungsweise hört ihr auch, dass das Ganze relativ laut ist. Also da ist die Finde-Funktion aus meiner Sicht tatsächlich besser. Intelligente Tragerkennung aktivieren, deaktivieren, heißt einfach, dass wenn ihr den Ohrhörer aus dem Ohr herausnehmt, dass dann eure abgespielte Musik pausiert wird. Finde ich super praktisch und auch super wichtig. Das ist für mich tatsächlich was, was bei mir immer eingestellt ist. Und zum Abschluss haben wir hier unten noch Hilfe. Für uns eher weniger interessant. Und die Option, manuell die Aktualisierung anzustoßen. Das hatte ich euch vorhin ja schon gesagt. Und damit sind wir eigentlich auch durch. Mehr lässt sich nicht einstellen. Die wichtigsten Funktionen lassen sich aber, wie gesagt, einstellen. Im nächsten Video gucken wir uns die FreeBuds 4 dann mal im Test an. Und im Video darauf dann auch im Vergleich zu den Galaxy Buds. Wer also Interesse an weiteren Videos dazu hat, einfach auf Abonnieren klicken. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und wünsche wie immer am Ende einen wunderschönen Tag. Alexa, Kamera aus. Okay.